Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man diese schöne Aufgabe hier, die mir ein Student mal per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür, in der es um das Thema Induktivität und Spulenstrom und Energie in Induktivitäten geht. Die habe ich in einem vorherigen Video schon mal von Hand gerechnet und in diesem Video möchte ich diese Aufgabe jetzt einfach nochmal in LTSpice, im Netzwerksimulator LTSpice rechnen. Wenn man LTSpice nicht hat, kann man sich das auf der Internetseite von Analog Devices runterladen bei Design Tools und Calculators. Da findet man das hier und dann sieht man, gibt es eine Version für Windows und für Mac. Unter Linux muss man das emulieren, aber das ist nicht groß und kann dafür eine ganze Menge. Und wenn man das startet, sieht das so aus. Und ich packe das jetzt mal so hier hin, dass ich noch die ganzen Zahlenwerte da ganz gut sehen kann und klicke hier auf jeden Fall mal auf dieses Schild, auf New Schematic. Und muss man jetzt auch mal diese Schaltung hier bauen. Also wir brauchen auf jeden Fall mal eine Induktivität, die finden wir hier, einfach ein L. Und wir brauchen, naja, diese Spannungsquelle, von der die jetzt gespeist wird. Hier diese sinusförmig, cosinusförmige Spannungsquelle. Und die finde ich hier bei Component und dann heißt die Voltage. Und dann packe ich die mir mal hier so dran. Und jetzt brauche ich auf jeden Fall noch für die Knotenspannungsanalyse oder modifizierte Knotenspannungsanalyse, die hier durchgeführt wird, ein Masseknoten. Den findet man hier und den anderen Knoten, den beschrifte ich gleich noch fest. Ich verdrahte nur mal kurz den Schaltkreis zusammen mit dem Wire-Tool einmal so hier ringsherum. Und dann sieht man, hier unten gibt es einen Lötpunkt. Diese ganzen anderen Lötpads verschwinden. Und wenn man jetzt hier unten in diese Ecke schaut, steht hier, this is ground. Das ist der Masseknoten. Und das hier oben ist der Knoten 00001. Der wurde jetzt von LTSpice automatisch durchnummeriert. Den möchte ich jetzt gerne einen festen Knoten geben. Den nenne ich mal einfach 1 und verdrahte das hier auch noch mal dran. Und immer, um aus allen Werkzeugen hier rauszugehen, muss man einfach die Escape-Taste auf der Tastatur drücken. Wenn man jetzt hier einmal Space drückt, dann wird das in dieses Fenster ganz passend reingezoomt. So, ich zoome mal wieder so ein ganz bisschen raus. Jetzt brauchen die Bauelemente natürlich noch Werte. Und bei der Induktivität stellen wir uns ein, das sind 10 Millihenry. Und dann steht hier unten schon, okay, da ist so ein Serienwiderstand, der ist standardmäßig 1 Milliohm. Und ich habe ja vorher hier schon dieses Beispiel gerechnet. Ja, und da kamen ja hier so Ströme raus, wie man hier sieht, im 100 Ampere und 50 Ampere Bereich. Da kann man sich schon überlegen, wenn ich jetzt 100 Ampere auf so einen 1 Milliohm Widerstand, da kommen schon ein paar Millivolt. Ich habe hier auch nur, in Anführungszeichen, nur 100 Volt. Also es kann mir auf Dauer schon ein bisschen das Verhalten der Schaltung kaputt machen. Deswegen mache ich mal den Serienwiderstand ein bisschen kleiner noch. Ich setze ihn mal auf 1 Mikroohm. Tatsächlich kann man ihn nicht auf 0 setzen, weil die Simulation da nicht funktioniert. Also da muss ein Serienwiderstand da sein, in dem Fall, damit diese Schaltung hier überhaupt sinnvoll lösbar ist. Aber ich mache den mal kleiner als diesen Standardwert. So, und jetzt braucht natürlich die Spannungsquelle hier noch was. Und die soll jetzt Cosinus-förmig sein und genau diese Zeitfunktion hier haben. Jetzt kann man hier Zeitfunktionen einstellen bei Advanced. Und hier, wo Functions steht, müssten eigentlich besser Time Functions, Transient Functions stehen. Hier gibt es auf jeden Fall eine Sinus-Funktion. So, und da können wir schon mal 100 Volt Amplitude geben und eben genau diese 10 Hertz Frequenz, die hier oben stehen, 10 Hertz 100 Volt. Tja, und man kann jetzt hier einen Phasenwinkel einstellen. Jetzt kann man sich überlegen, wenn ich eine Sinus-Funktion hier habe, da muss ich eine Sinus-Funktion genau um plus 90 Grad Phasen verschieben. Ja, kleine Skizze. Also, wenn ich mal hier eine kleine Skizze male. Das soll hier sozusagen die Zeitachse sein. Ich male die Skizze mal in dem Moment. Also, hier ist die Amplitudenachse. Das ist die Zeitachse. Und ich zeichne mal in blau eine Sinus-Funktion ein. Dann sieht so eine Sinus-Funktion aus. Hier sind 180 Grad. Hier sind 360 Grad. Hier genau, wo das Maximum ist, sind 90 Grad. Und das ist ein Sinus. Das ist die Sinus-Funktion Sinus von x. Wenn das hier die x-Achse ist. Und eine Kosinus-Funktion sieht ja so aus. Die hat hier schon das Maximum. Hat hier die erste Nullstelle. Hat hier sozusagen das negative Maximum. Hat hier die nächste Nullstelle. Und geht dann wieder auf den Maximalwert. Das ist eine Kosinus-Funktion von x. Und die ergibt sich eben auch aus der Sinus-Funktion, wenn ich die um plus 90 Grad nach links Phasen verschiebe. So, und mit diesem Trick kann ich jetzt eben auch, wenn ich hier 90 Grad einstelle, können wir gleich gucken, ob das passt, kann ich aus der Sinus-Funktion eine Kosinus-Funktion machen. So, und dann habe ich da diesen Funktionswert dran. Ich schiebe das mal ja an die Seite, dass man das eventuell im Nachgang ein bisschen einfacher lesen kann. So, und jetzt haben wir noch diese Bedingung hier, dass am Anfang da schon ein Fluss auf der Spule drauf sein sollte und dass sich deshalb schon ein Anfangsstrom ergab. Und den muss man jetzt dem LTSPY-Simulator natürlich auch noch mitgeben. Und das ist so ein bisschen trickreich. Da muss man wissen, wie das geht. Also ich klicke jetzt mit der anderen Maustaste auf diese 10 mH drauf und gebe da ein IC. IC steht für Initial Condition, die Anfangsbedingung, Anfangsbedingung und setze die manuell auf 50. Ja, und jetzt klicken wir hier auf das kleine Männchen, auf Run. Wir wollen natürlich Transient simulieren im Zeitbereich. Wir wollen wissen, was passiert nach 80 Millisekunden. Deswegen stelle ich als Stoppzeit 80 Millisekunden ein. Und ich setze hier auch dieses Häkchen Skip Initial Operating Point Solution. Und das ist auch so ein bisschen irreführend an der Stelle. Als Abkürzung kommt jetzt hier UIC. Und UIC heißt Use Initial Condition. Also benutze einfach diese Anfangsbedingung, dass wir am Anfang 50 Ampere als Strom hatten. Und nicht ansonsten würde der jetzt einfach 0 nehmen. Jetzt benutzt er eben diese 50. Also wenn ich das Häkchen setze, nimmt er 0. Ansonsten oder eben diese 50. Wenn ich das Häkchen nicht setze, würde er eigentlich erst mal ausrechnen, was für ein Strom würde sich da auf lange Zeit einstellen und mit dem anfangen. So, und dann kriegen wir ein Diagramm hin, ein leeres. Und können jetzt zuerst mal natürlich unsere Spannung hier kontrollieren. Und man sieht, jetzt wird mein Mauszeiger hier unten, wenn ich auf diesem Knoten bin, zu einem solchen Tastkopf, Sparungstastkopf. Und ich kann jetzt gucken, okay, ja sehr cool. Das ist tatsächlich eine Cosinus-Funktion. Ja, so wie ich die hier oben auch in grün hier eingezeichnet habe. Mit einer Amplitude von 100. Und wenn die eine Frequenz von 10 Hertz hat, sollte die eine Periodendauer haben von 100 Millisekunden. Kann man so erahnen, dass das ungefähr so passt. Das ist genau bei 50 Millisekunden, wie wir hier genauso eine halbe, so eine halbe Periode haben. So, also Spannung passt schon mal. Jetzt können wir uns mal den Strom anschauen, der hier durchfließt. Der sieht so aus. So, und jetzt muss man gucken, Stromachse ist hier drüben. Die 50 Ampere, hier sind 30, hier sind 60, diese Linien. Also hier, der Strom fängt auch tatsächlich bei 50 an. Wenn ich hier draufklicke, kann ich mir so einen Cursor bauen. Dann gibt es da auch ein Cursorfenster hinzu und kann dann mit den Pfeiltasten auf der Tastatur den Cursorpunkt verschieben. Und da sieht man am Anfang, also nach ein paar Pikosekunden hat man ziemlich genau diese 50 Ampere. Vorher sogar ein bisschen weniger. Da muss man sich fragen, was passiert da eigentlich in dieser Rechnung? Wir haben doch gesagt 50. Warum fängt das nicht mit 50 an? Tja, numerische Rechenungenauigkeit, Rundungsfehler, was auch immer. Das ist so ein bisschen der Nachteil an diesem LTSpice. Das ist, wenn ich zurückgehe auf die Internetseite, ja, also Freeware, man kann sich das kostenlos runterladen und benutzen, auch für kommerzielle Zwecke, aber es ist eben kein Open-Source-Programm. Man kann da nicht reingucken, was da passiert. So, und ich stelle fest, ich muss mal mein Kamerafenster ein bisschen kleiner machen. Dann sieht man hier auch die 50 Ampere, die hier drüben jetzt da fließen. So, und jetzt kann ich den Cursor auch auf die andere Seite rüber verschieben. Ganz nach rechts. Und dann sieht man, da kommen jetzt auch die 101,4, haben wir von Hand ausgerechnet. Ja, die stehen da 101,4. Hier komme ich jetzt auf 101,5 Ampere. Ja, das ist auch ein bisschen numerische Ungenauigkeit. Ich bin auch nicht genau, wie man sieht, bei 80 Millisekunden. Jetzt bin ich bei 80 Millisekunden. Okay, ich hatte überhaupt nicht weit genug gedrückt. Dann passt das ganz gut. Also Octave, hier ist ja der Zahlenwert auch noch drin. Also das I von 80 Millisekunden hatte genau diesen Zahlenwert. Wenn ich jetzt mal auf Format Long das einstelle, dann sieht man, ja, das passt ziemlich, ziemlich gut zu dem überein, was jetzt hier 80 Spice ausgerechnet hat. Okay, also Strom in dieser Aufgabe stimmt auf jeden Fall auch. Jetzt ist noch die letzte Frage, die hier noch gesucht war. Welche Energie wird der Spule dabei in diesem entsprechenden Zeitintervall zugeführt? Und auch das ist was, was man in LTSpice ganz gut ausrechnen kann. Wenn man sich eben überlegt, naja, Energie, das kann ich ja nochmal hinschreiben. Also Energie ist sowas wie das Integral über die Leistung, über die Zeit. Ja, und in dem Fall eben von 0, weil ich jetzt konkret das Delta T raus haben möchte, von 0 bis 80 Millisekunden über die Leistung, über die Zeit. Und die Leistung wiederum, kann ich nicht so schreiben, also die Leistung ergibt sich aus U von T mal I von T. Einfach das Produkt von Strom und Spannung. Und dieses Produkt von Strom und Spannung, das kann ich jetzt ja auch plotten. Also ich gehe mal hier nochmal hin und mache nochmal Add Traces. Und die Spannung ist V1. Das ist ja genau die Spannung. Und der Strom durch die Induktivität ist IL1. Und dann kriege ich noch eine, ja, dritte Zeitachse hin hier drüben, wo ich sehe, da sind auch Watt, Kilowatt angegeben für die Leistung. Und hier sehe ich jetzt auch die Leistung, das ist die rote Kurve. Und jetzt gibt es so einen Trick, wenn man, also ich kann ja auch wieder einen Kursor draufpacken und könnte jetzt hier irgendwie diese Leistung bekursern. Und es gibt noch so einen Trick, wenn ich die Steuerung-Taste drücke auf der Tastatur, ich klicke es nochmal weg, also Steuerung-Taste auf der Tastatur drücken und gedrückt halten und hier oben draufklicken, dann kriegt man ein kleines weiteres Auswertungsfensterchen. Und in dem steht jetzt über das Intervall von 0 bis 80 Millisekunden, was ist der Mittelwert der Leistung und was ist das Integral, das Zeitintegral über die Leistung. Und das Zeitintegral über die Leistung ist die Energie. Hier kommen 38,9 Joule raus. Und das sind auch in ganz guter Näherung diese 38,875 Joule, die wir hier von Hand ausgerechnet haben. Das stimmt jetzt hier natürlich auch nur so bedingt, weil das ist nur eine numerische Lösung. Man sieht hier vorne ist das nicht ganz perfekt. Es hat so ein paar Rundungsfehler und diese ganzen kleinen Rundungsfehler entlang dieser Kurve summieren sich natürlich auf. Aber bis auf die zweite, dritte Nachkommastelle hier passt das ganz gut und ist zumindest im Sinne einer vernünftigen ingenieurwissenschaftlichen Genauigkeit eine absolut ausreichend genaue Lösung für dieses Problem. So und damit ist jetzt gezeigt, wie man diese Aufgabe nicht nur von Hand lösen kann, sondern auch sehr schön durch Simulation im Netzwerksimulator AT Spice. wir sehen uns relativ früh gut entlang die clarke Johansch суп happens. 無 1 3 2